Wir leben auf einem wundervollen Planeten und tragen das schöpferische Potenzial in uns, um auf dieser Erde das Paradies zu leben. Warum aber nutzen wir dieses Potenzial nicht? Warum beuten wir stattdessen uns selbst, einander und die Erde aus? Warum befinden wir uns an einem Punkt in unserer Evolution, an dem unser Handeln nicht nur das Überleben unzähliger Spezies, sondern auch unser eigenes gefährdet? AwakeToParadise nimmt dich mit auf eine inspirierende Reise zu Wissenschaftlern, Visionären und Coaches, um herauszufinden, wie wir wieder in Harmonie mit uns selbst, einander und der Erde kommen können. Es ist eine Reise vom Verstand in die allumfassende Weisheit des Herzens und zeigt zahlreiche, ganz einfache, praktische Lösungen, wie wir zu Hütern dieser Erde werden können. Und Tools, die uns helfen, uns an unsere wahre Natur zu erinnern, wieder mit unserem Körper und allem Leben verbunden zu sein, uns kraftvoll, lebendig und glücklich zu fühlen und unser wahres Potenzial zu aktivieren, die Liebe, die wir sind, mit allem Leben zu teilen. Untertitelung des ZDF, 2020